Hier präsentieren wir die 5 besten Panzerriegel Fakten Test. Lass uns anfangen. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5 Abus Panzerriegel. Dieser gepanzerte Abusriegel verfügt über alle Funktionen, die Sie für einen hervorragenden Schutz benötigen. Er verfügt über eine integrierte Nachschlüsselungsfunktion, die es Ihnen ermöglicht, Schlösser zwischen Gebäuden kompatibel zu machen und er kann verschiedene Zylindergrößen aufnehmen, sodass Sie ihn auf den neuesten Standard aufrüsten können. Der Zylinder kann für einen einfachen Austausch entfernt werden, ebenso wie das Zylindergehäuse, sodass Sie Ihre Schlösser leicht aufrüsten können. Obwohl das Abus PR2700 mehr kostet als viele der anderen Schlösser in unserem Test, gehört es immer noch zu den günstigsten Schlössern, die wir getestet haben. Das Gehäuse des Zylinders ist in einem haltbaren Schwarz gehalten und obwohl es etwas kleiner ist als einige andere Schlösser, ist das Abus PR2700 kein Problem für diejenigen, die in kleineren Wohnungen leben. Die Montageplatte des Schlosses und die Abdeckung des Schlüsselschlitzes sind aus robustem Stahl gefertigt und der Riegel selbst verfügt über gehärtete Stahlstifte. Unsere Tester stellten fest, dass das Abus PR2700 Nummer 4 Abus Türpanzerriegel Der Abus-Panzertürriegel ist kein gewöhnliches Türschloss. Er verfügt über einen massiven Stahlkern, eine extrem widerstandsfähige ABS-Abdeckplatte und einen gehärteten Stahlzylinder. Der Riegel selbst ist widerstandsfähig und rostfrei, der Schließzylinder ist resistent gegen mechanische Einwirkungen. Er lässt sich in beide Richtungen öffnen, jedoch nur von innen, wobei der Mechanismus durch ein Zylinderschloss gegen Aufheben gesichert ist. Da es sich um ein rein mechanisches Schloss handelt, bietet es auch ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Im Gegensatz zu vielen anderen Schlössern benötigt es keinen Schlüssel, sondern wird ausschließlich mit einem Schlüssel bedient, der in einen speziellen, mittig angeordneten Zylinder passt. Der Schlosskörper weist zudem stark vertiechte Befestigungsbrüche sowie Piktogramme auf, die zeigen, wo die Löcher für die Montage der Bolzen zu bohren sind. Das Schloss selbst wird mit zwei vorgebohrten Montageplatten befestigt, eine einzige Schraube ist für die Befestigung dieser Platten erforderlich. Die Montage ist schnell und einfach, da der Zylinder genau in der Mitte sitzt. For more information Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 Abus Türpanzerriegel Das 56x42x7CM LXBXH, große Abus per 1500 Silberzylinder Türschloss hat einen integrierten Riegel aus massivem Stahl. Das Entriegel der Tür und die Montage des 1,1 kg schweren Riegels mit einer Hebellänge von 7 cm dauert etwa 15 Minuten. Der Riegel verfügt über zwei alphabetische Schlüssel, für die Tür und das Schloss, einen numerischen Schlüssel und einen Notschlüssel. Der Zylinder passt in eine 10 mm tiefe Bohrung mit einem Durchmesser von 180 mm, der Türriegel benötigt zusätzlich 3 mm Platz für den Zylinder. Der PR1500 ist für Holztüren, Stahltüren und Türen mit Glasscheiben geeignet. Nummer 2 Abus Türpanzerriegel Der Abus Panzertürriegel PR1400 ist ein hochwertiges Gerät. Das industrielle Metallgehäuse ist robust und fühlt sich solide an und die doppelten Schließzylinder und Schwerlastpölzen sorgen dafür, dass es für jemanden praktisch unmöglich ist, die Tür aufzutreten. Die um 90 bis 180 mm ausfahrbaren Riegel bieten zudem Schutz vor Brechstangen, Sägen und Baseballschlägern. Abus bietet eine 5-jährige beschränkte Garantie. Anmerkung der Redaktion, dieses Modell ist bei Amazon nicht mehr erhältlich, aber ähnliche Modelle sind auf dem Markt. Und die Nummer 1 unserer Liste Abus Panzerriegel PR2600 Die Schlösser bestehen aus einer Außen- und einer Inneninheit. Riegel, Schließblech und Falle sind mit einer doppelseitigen Montageplatte ausgestattet, die mit Hohlkerntüren bis zu 18 mm Dicke kompatibel ist. Beide Einheiten verfügen über einen Zylinder mit einem Sicherheitsschlüssel, der mitgenommen werden kann. Darüber hinaus ist der Zylinder mit Zylindern anderer Hersteller kompatibel. Der Abus PR2600 hat einen Drehwiderstand von 6 zu 1, der Ihre Tür über die gesamte Breite sichert. Der integrierte Doppelzylinder lässt sich mit dem Schlüssel von außen und von innen abschließen. Die Parksperre ist abnehmbar, sodass Sie die Tür ohne Schlüssel entriegeln können. Der Riegel ist staubdicht und wasserfest. Als zusätzlichen Schutz ist der PR2600 mit einer Panikstange ausgestattet. Zusätzlich ist der PR2600 mit einem Notschlüssel ausgestattet. Der Abus PR2600 wird von Abus empfohlen und ist von Kiva, TÜV, DVGW und für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.